Hallo und herzlich willkommen bei Edis Tech Lab. Im heutigen ersten Teil über E-Ink Displays möchte ich euch zeigen, wie so ein Display funktioniert und wie es zur Darstellung von solchen Grafiken kommt. Und nach diesem Video bin ich sicher, jeder kann das. Ein E-Ink Display, auch als elektronische Tinte bekannt, ist eine Art Bildschirmtechnologie, die darauf ausgelegt ist, Text und Bilder auf eine Weise anzuzeigen, die Papier ähnelt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bildschirmen, die Hintergrundbeleuchtung verwenden, reflektiert ein E-Ink Display das Umgebungslicht wie echtes Papier. Dies führt zu einem papierähnlichen Lesevergnügen mit geringer Belastung für die Augen und der Stromverbrauch ist nur bei Aktualisierungen erforderlich. E-Ink Displays werden häufig in E-Book Reader, elektronischen Schiltern, Smartwatches und anderen Anwendungen eingesetzt, bei denen eine geringe Energieaufnahme und eine hohe Lesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung wichtig ist. Mittlerweile ist es sogar schon möglich, farbige Bildschirme zu bekommen. Bei einfachen Modellen mit einer zusätzlichen Farbe wie Rot oder Gelb und bei den hochwertigen Modellen kann das ganze Farbspektrum abgedeckt werden. Sehen wir uns jetzt an, wie ein E-Ink Display funktioniert. Ein E-Ink Display besteht aus einem dünnen Film als Elektrode. Und darauf sind Millionen Mikrokapseln angebracht, die jeweils einen Durchmesser eines menschlichen Haares haben. Diese Mikrokapseln sind mit einer klaren Flüssigkeit gefüllt und sie enthalten positiv geladene weiße Teilchen und negativ geladene schwarze Teilchen. An der Oberseite befindet sich eine durchsichtige Elektrode. Wenn wir jetzt ein elektrisches Feld anlegen, dann wandern die entsprechenden Teilchen gegengesetzt ihrer Polarität an die Spitze der Mikrokapsel, wo sie für den Betrachter sichtbar werden. Um eine noch bessere Auflösung zu erreichen, kann jede Mikrokapsel auf jeder Seite zwei Potenziale anliegen haben, was die Hälfte mit weißen und die andere Hälfte mit schwarzen Teilchen besetzt. Und dieser Aufbau wird jetzt millionenfach für ein Display verwendet und der Betrachter schaut von oben rauf und sieht dann die schwarzen oder weißen Partikeln. Um verschiedene Graustufen darstellen zu können, bedient man sich der Trägheit der farbigen Teilchen. Bei den älteren Displays war es möglich, acht Abstufungen darzustellen, aber bei den modernen sind 16 Abstufungen kein Problem mehr. Legt man jetzt eine Spannung auf die Elektroden, dann werden die weißen und schwarzen Partikeln abgestoßen. Wir nehmen aber die Spannung gleich wieder weg, damit die Partikeln nicht sich noch weiter abstoßen. Dadurch entsteht hier schon ein etwas dunkleres Weiß. Wenn wir jetzt die Spannung erneut anlegen, dann werden die Partikeln weiter nach innen abgestoßen. Je nachdem wie lange wir die Spannung anliegen haben, desto weiter wandern die Teilchen in die Mitte und durch die Zeit können wir festlegen, welche Grautonstufen wir darstellen wollen. Die E-Ink Displays haben ihre Anwendung als digitale Preisanzeige in Regalen gefunden und dort ist es ein großer Vorteil, etwas mit einer Farbe wie Rot oder Gelb hervorzuheben. Bei diesem Display, das es seit 2020 gibt, ist zusätzlich zu den schwarzen und weißen Teilchen Rot oder Gelb hinzugefügt. Um die Farbe Rot darstellen zu können, bedient man sich der Trägheit der Teilchen. Die roten positiven Teilchen sind größer als die weißen und dadurch träger in der Bewegung. Wie im Bild angezeigt, sind die roten Teilchen jetzt nicht sichtbar, da die weißen darüber liegen. Um jetzt die Farbe Rot auf dem Display darstellen zu können, wird zuerst oben eine negative Spannung angelegt und unten eine positive. Dadurch werden jetzt die Teilchen in die Mitte gedrückt und da die weißen Teilchen viel kleiner sind, werden sie viel schneller in die Mitte gedrückt als die roten. Nach einem kurzen Zeitintervall nehmen wir die Spannung weg. Das hat jetzt bewirkt, dass die roten trägen Partikeln oben sind und vom Betrachter gesehen werden können. Mit der Farbe Gelb funktioniert das Darstellen ähnlich wie bei der Farbe Rot, nur, dass die gelben Partikel negativ geladen sind. Sie sind auch wieder um einiges größer als die negativen schwarzen Partikeln. Es gibt auch die Option, mit roten und gelben Partikeln in einem Display. Der Nachteil dabei ist aber, dass durch die zusätzlichen Farben es mehr Zeit beansprucht, das Display zu aktualisieren. Wer tiefer in die Elektronik und Heimautomation einsteigen möchte, den kann ich hier dieses E-Book empfehlen. Dieses Buch wird ständig weiter aktualisiert und ihr könnt euch alle zukünftigen Updates kostenlos herunterladen. Mit dem Kauf unterstützt ihr Edis Tech Lab und ich möchte mich jetzt schon recht herzlich bei euch dafür bedanken. Sehen wir uns jetzt die Funktion der Vollfarbe an. Dazu müssen wir verstehen, wie das Zmück Farbmodell funktioniert. Zmück steht für die vier Farben Syren, Magenta, Gelb und Schwarz, wobei Schwarz als Key bezeichnet wird. Das Zmück Farbmodell wird hauptsächlich in der Druckindustrie verwendet, um eine breite Palette von Farben durch Kombination dieser Grundfarben zu erzeugen. Durch die subtraktive Farbmischung entsteht Schwarz, wenn alle Farben in voller Stärke kombiniert werden. Um ein besseres Ergebnis beim Druck zu erzielen, wird zusätzlich die Farbe Schwarz für eine Verbesserung der Farbtiefe verwendet, hier als Key bezeichnet, da das Schwarz der drei Grundfarben in der Praxis eher ein dunkles Braun ergibt. Dasselbe Prinzip wird für die E-Ink-Anzeigen verwendet. Dazu werden die drei Grundfarben Syren, Magenta und Yellow als Farbpartikel in der Mikrokapsel eingebracht und als vierte Farbe werden reflektierende weiße Partikel verwendet, um ein schönes, kräftiges Weiß darstellen zu können. Durch die unterschiedliche Größe der Partikeln können wir auch hier wieder nach dem selben Prinzip wieder vor, mit der Länge der Spannung, Farbpartikel in die Mitte drücken, um so die gewünschte Farbe nach außen zu bringen. Eine andere Möglichkeit Farben darzustellen, ist die Verwendung von einem gedruckten Farbfilter-Array mit den Farben Rot, Grün und Blau. Wenn die Mikrokapsel die weißen Partikel oben platziert hat, dann wird das Licht reflektiert und die entsprechende Farbe des Filters angezeigt. Sind die schwarzen Partikel an der Oberseite, dann wird das Licht absorbiert, also verschluckt und keine Farbe wird angezeigt. Durch dieses System können wir jetzt alle Farben im RGB-Farbraum anzeigen und somit farbige Bilder erzeugen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video die verschiedenen Varianten von E-Ink-Displays und deren Funktion näher bringen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und wer es noch nicht gemacht hat, den Kanal abonnieren. Im nächsten Video, also dem zweiten Teil, werden wir dann in der Praxis versuchen, diese Displays zu verwenden mit unserem Mikrocontroller. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann, euer Edi.